Musik Es war einmal Frau Nimmersatt in einer wunderschönen Stadt. Sie spaziert durch die Straßen und Gassen, nur das Essen kann sie nicht lassen. Nach Stress und Frust hat sie auf Essen große Lust. Doch sie will daran etwas ändern, um schlanker durch die Stadt zu schlendern. Frau Nimmersatt, die ist nicht dumm und hört sich bei den Leuten um. Da trifft sie auf einen Polizist, der erzählt ihr den ersten Mist. Um abzunehmen, musst du weniger essen. Durch richtige Lebensmittelauswahl kann man bei einer gleichbleibenden Portionsgröße einer Mahlzeit die Kilokalorien reduzieren, wie man hier im Beispiel gut sehen kann. Musik Auf der Suche nach einer neuen Speise begibt sie sich in unbekannte Kreise. An der Laufstrecke am Fluss hört sie nun den nächsten Stuss. Beim Abspecken hilft nur Ausdauertraining. Beim Krafttraining verlierst du kein Gewicht. Aha, wirklich wahr. Mythos 2 Abspecken ist nur durch Ausdauertraining möglich. Krafttraining lässt die Kilos steigen, statt purzeln. Wer Gewicht verlieren will, braucht eine negative Energiebilanz. Ob dies mit Ausdauer- oder Krafttraining erreicht wird, spielt im Prinzip keine Rolle. Um möglichst viele positive Zusatzeffekte zu generieren, ist eine ausgewogene Kombination erforderlich. Krafttraining kann sehr wohl zum Abspecken verwendet werden. Der mangelnde Gewichtsverlust lässt sich dadurch erklären, dass es aufgrund des Krafttrainings zu einem Zuwachs von Muskelmasse bei gleichzeitiger Reduktion von Körperfett kommt. Muskelmasse ist schwerer als Körperfett und so lässt sich auch der nicht so rasante Verlust des Körpergewichts erklären. Die Wahl zwischen Ausdauer- und Krafttraining hängt also davon ab, welches Ziel man verfolgt. Krafttraining erzielt langfristig einen Muskelaufbau. Ein höherer Anteil an Muskelmasse geht immer mit einem erhöhten Energieverbrauch einher und ist somit dem Abspecken dienlich. Ausdauertraining verbessert vor allem das Herz-Kreislauf-System und die körperliche Widerstandsfähigkeit. Ein großer Muskelzuwachs ist hier nicht zu erwarten. Dennoch kommt es durch die Steigerung des Energieumsatzes, durch die gesteigerte körperliche Aktivität zu einer Reduktion des Körpergewichts. Es sind jedoch auch nicht alle Ausdauertrainingsformen für adipöse Leute geeignet. Zu empfehlen sind die Dauermethode und ein extensives Intervalltraining. Für das Ausdauertraining geeignete Sportarten sind dadurch gekennzeichnet, dass mehr als ein Sechstel der gesamten Muskelmasse mit einer mittlerer Intensität gleichmäßig über längere Zeit bewegt wird. Dies führt nicht nur zu lokalen Anpassungen, sondern auch zu allgemeinen Anpassungen wie zur Zunahme des Herz-Minuten-Volumens oder der maximalen Sauerstoffaufnahme. Außerdem sollte die gewählte Sportart gut dosierbar und kontrollierbar sein und kein Gefahrenpotenzial enthalten. Ein idealer Einstieg in das Krafttraining ist das sogenannte sanfte Krafttraining. Hierbei wird die Trainingsserie bereits deutlich vor der letztmöglichen Wiederholung abgebrochen. Die Bestimmung der Intensität erfolgt anhand des subjektiven Belastungsempfindens. In der Sonne am Ufer vom See erfährt sie dann den nächsten Schmäh. Es reicht, wenn du sonntags lang spazieren gehst. Achso, ja, das habe ich auch schon gehört. Mythos 3 Ein längeres Training pro Woche reicht, um die Kilos purzeln zu lassen. Dem ist nicht so. Für ein angemessenes Training müssen folgende Parameter beachtet werden und Mindestbelastungen eingehalten werden. Die Quantifizierung des Trainings erfolgt anhand von vier Parametern. Der Intensität, der Dauer, der Häufigkeit und der Wochen-Netto-Trainingszeit. Zum Auslösen von Trainingseffekten müssen für die Punkte 1 bis 3 Mindestwerte überschritten werden. Bleibt nur eine dieser Maßzahlen unterschwellig, entwickelt sich kein Trainingseffekt. Die Intensität wird im Prozent der individuellen maximalen Leistungsfähigkeit angegeben. Um einen Trainingseffekt zu erzielen, muss mit mindestens 50% der maximalen Leistungsfähigkeit trainiert werden. Für extensives Austaustraining sind 55 bis 65% optimal. Bei sehr leistungsschwachen Patienten sind 50% angemessen. Die Kontrolle der Trainingsintensität erfolgt üblicherweise über die Trainingsherzfrequenz. Die Dauer ist die Trainingszeit, in der die Belastung über dem erforderlichen Minimum von 50% liegt. Die erforderliche Mindestdauer beträgt 10 Minuten. Nach oben hin gibt es keine Grenzen. Die Häufigkeit wird als Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche definiert. Mindestanzahl sind zwei Trainingseinheiten pro Woche, die auf zwei Tage verteilt sind. Optimal für therapeutisches Training sind drei bis vier Einheiten pro Woche. Die Wochen-Netto-Trainingszeit ist die Summe aller richtigen Belastungen. Im Bereich des therapeutischen Trainings kommt eine Wochen-Netto-Trainingszeit zwischen 30 Minuten und drei Stunden zur Anwendung. Frau Nimmersatt ist voller Tat und sucht sich gleich den nächsten Rat. Willst du dein Körperfett verlieren? Lass das Essen vorm Trainieren! Mythos 4 Vor dem Training sollte man nichts essen, damit man die Fettverbrennung fördert. Mythos ist richtig in Bezug auf jene, die Bewegung gewohnt sind und Körperfett reduzieren wollen. Jedoch ist es bei Bewegungsmuffeln von Vorteil, mit genügend Energiereserven in Form von Kohlenhydraten zu trainieren. Das Training ist dann weniger anstrengend und die Motivation, weiterhin Sport zu machen, bleibt erhalten. Ob Fett aufgebaut oder verbrennt wird, wird durch die Verfügbarkeit von Kohlenhydraten bestimmt. Kohlenhydrate stimulieren die Insulinausschüttung. Durch die Anwesenheit von Insulin wird der Fettabbau gehemmt. Der Fokus ist auf komplexe Kohlenhydrate zu legen, wie Vollkornprodukte, Obst und Gemüse. Der Insulinspiegel steigt nicht so stark an. Die Fettverbrennung kann wirken und trotzdem steht Energie für die körperliche Leistung zur Verfügung. Deprimiert und mit hungrigem Magen hört sie schon den Nächsten sagen. Frau Nimmersatt, möchten Sie werden eine zarte, meiden Sie die Kohlenhydrate. Mythos 5 Kohlenhydrate sind schlecht beim Abnehmen, Eiweissschicks sind die Lösung. Unser Gehirn und die roten Blutkörperchen sind auf eine ausreichende Glucosezufuhr angewiesen, um ihre Funktionen im Körper aufrecht zu erhalten. Zudem sind Kohlenhydrate für sportliche Leistungen wichtig und eine limitierende Energiequelle für unsere Muskeln. Ohne Bewegung, sprich Muskelaktivität, ist eine Gewichtsreduktion schwer umsetzbar. Eiweiß ist ein wichtiger Bestandteil der Ernährung für den Muskelaufbau. Für gesunde Hobbysportler liegt die Empfehlung zwischen 1 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, sollte aber individuell je nach Trainingsziel definiert werden. Die Obergrenze einer Eiweißzufuhr liegt bei 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, um Folgeerscheinungen zu vermeiden. Auf ihrem Weg nach Hause gönnt sie sich eine Jause. Auf der Parkbank neben ihr gönnt sich der Toni ein Krügelbier. Dieser meint es gut mit ihr und sagt, Nimm jetzt diesen Rat von mir. Drei Mahlzeiten tun dir gut. Vor fünf sei lieber auf der Hut. Mythos 6 Drei Mahlzeiten sind besser als fünf Mahlzeiten pro Tag. Grundsätzlich kann man nicht sagen, ob drei oder fünf Mahlzeiten besser sind. Hier muss man individuell entscheiden. Bei drei Mahlzeiten kommt der Körper durch längere Pausen zwischen der Nahrungsaufnahme eher in die Fettverbrennung. Aber es gibt auch Menschen, die durch zu lange Pausen zwischen den Mahlzeiten von Heißhunger geplagt werden und gesamt dann bei den Mahlzeiten mehr Energie aufnehmen. Für diese ist es von Vorteil, zwischen den drei Hauptmahlzeiten auch zwei Zwischenmahlzeiten einzubauen. Weiters ist durch Studien belegt, dass es keinen Unterschied macht, ob man drei oder fünf Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt. Es kommt auf den Gesamtenergiegehalt pro Tag an. Die Moral von der Geschichte, Mythen stimmen meistens nicht. Vertraut auf eure Fähigkeiten, ihr seid hier die Wahnexperten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!